Anbindung einer IP Kamera an der IP Türsprechanlage. Settings, Local IP, Name eingeben, IP der Kamera eingeben, Username admin, Passwort admin. Wenn die Kamera im Netzwerk ist, im Webbrowser aufrufen und bei Video definitiv auf hier D1 einstellen und bei Substream enable ebenfalls auf D1 gehen, Speichern, Zurück, Video Talk, Monitor, EPC für IP Kamera und Fertig.